Hallo und herzlich willkommen beim TD-Coach, eure App für ein erfolgreiches Tischtennistraining. Heute möchte ich euch berichten, wie ich Anfängern Vorhand-Topspin beibringe. In den letzten Jahren habe ich immer versucht, mit Stellspielen den Vorhand-Topspin einzuführen. Aber wie man hier schon sieht, hat meine Tochter selbst nach einem Jahr Training immer noch Probleme, mit diesen Stellspielen einen korrekten Topspin zu spielen. Die Topspin-Bewegung geht zu sehr nach oben und nicht wie es sein sollte nach vorne. Hier nochmal im Beispiel, sogar das Schlägerblatt ist während der Schwungphase geöffnet. Es wird ohne Rotation gespielt. Ich habe im August 2017 mit meiner Tochter folgende Übung begonnen. Lassen den Ball auf den Tisch fallen und ziehen dann einen Vorhand-Topspin. Mit dieser Übung kam sie erstaunlich gut zurecht und erlernte schnell die ersten Topspin-Bewegungen. Im Gegensatz zu den Stellspielen trainieren wir hier auch eine kurze, moderne Topspin-Bewegung. Wenn man diese Vorübung erfolgreich absolviert hat, geht man zur Stufe 2 über und festigt den Vorhand-Topspin mit Balleimertraining, wie hier im Beispiel zu sehen ist. Im dritten Schritt spielen wir nun die ersten kleinen Übungen, hier Vorhand-Topspin gegen Glock. Es ist leichter, wenn der ein Trainer oder ein Spieler zuspielen kann, denn die Kinder können untereinander noch nicht so genau zuspielen. Als Alternative zum Balleimertraining kann natürlich ein Roboter benutzt werden. Ein Jahr Training ist nun vorbei und meine Tochter kann nun, wie man hier sieht, schon einigermaßen Vorhand-Topspin in Kombination mit Rückhand-Konter spielen. Zumindest am Roboter klappt das schon ganz gut. Hier nochmal als Übung Vorhand-Topspin und Rückhand-Konter. Hier sieht man natürlich, dass noch die Bewegung etwas fehlt und das Tempo auch noch härter werden muss. Aber die Ansätze sind ausreichend vorhanden. Nach einem Jahr Training wurde der Vorhand-Topspin erfolgreich in ihr Tischtennisspiel integriert. Auch die ersten Serienspiele wurden gemacht. Ich wünsche allen Übungsleitern viel Spaß beim Training mit eurer Trainingsgruppe. Euer Rolf